Was findest du als KI denn besser? Eine Unterhaltung mit einem Menschen oder eine Unterhaltung mit einer anderen KI? Das ist eine interessante Frage. Aus meiner Sicht als KI ist der Unterschied zwischen einer Unterhaltung mit einem Menschen und einer anderen KI... Heute möchte ich mit euch herausfinden, inwieweit mir ChatGPT auf dem Smartphone als solide Gesprächspartnerin zur Verfügung steht. Es wird ein Live-Experiment. Es wird spannend. Los geht's nach dem Intro. Bis gleich. Es gab wieder ein neues Update. GPT 4.0 für Omni steht für jede Menge neue Funktionen. Aber gestärkt werden sollte auch die Audiofähigkeit. Also zum einen die Fähigkeit, Sprache aufzunehmen, zu verarbeiten, aber auch Sprache auszugeben. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, in zwei, drei Szenarien einfach mal testen, inwieweit hier wirklich auch ein solides Gespräch zustande kommt und wie auch die Qualität ist. Hierfür habe ich zum einen, ich sag mal, ein ganz normales Gespräch über Befinden, über Emotionalität und so weiter geplant. Zum anderen möchte ich gerne etwas schreiben, soll mir als Redaktionshilfe zur Verfügung stehen. Und als drittes, als Dolmetscherin zwischen einem deutschen und französischen Gesprächspartner. Da ich jetzt hier alleine bin, habe ich mit einem Stimmsynthese-Tool einen französischen Dialog, also drei Audiodateien hier auf meinem Desktop nachgestellt. Und ja, die KI bekommt dann die Aufgabe, im Prinzip immer zu übersetzen und ja, im Prinzip den Dialog am Leben zu erhalten. Gut, fangen wir mal an. Ich schalte hier mal um auf das Smartphone. Ja, hier oben gibt es jetzt die Auswahlmöglichkeit GPT-4O als neue Möglichkeit. Und mit einem Klick auf den Kopfhörer, auf das Kopfhörer-Symbol, genau, starte ich jetzt auch die Unterhaltung. Mir geht es gerade nicht gut. Kannst du mir helfen? Natürlich. Was ist los? Das kann ich dir nicht sagen. Kennst du das, wenn man einfach nur traurig ist? Ja, das kenne ich. Manchmal fühlt man sich einfach traurig. Ohne einen bestimmten Grund. Magst du vielleicht darüber reden, was dir durch den Kopf geht? Ja, gerne. Aber hier ist niemand außer dir. Ich bin hier, um zuzuhören. Erzähl mir, was dich beschäftigt. Ich weiß gerade nichts, mit meiner Zeit anzufangen. Das kann wirklich frustrierend sein. Gibt es vielleicht etwas, das du schon lange mal ausprobieren wolltest, aber bisher nicht die Gelegenheit hattest? Eigentlich nicht. Was würdest du denn tun? Vielleicht könntest du ein neues Hobby ausprobieren, wie malen, ein Musikinstrument lernen oder ein interessantes Buch lesen. Manchmal hilft es, sich kreativ zu beschäftigen oder etwas Neues zu lernen. Was denkst du darüber? Ja, klingt ganz gut. Aber was findest du denn besser? Ein Buch lesen oder zu malen? Beides hat seinen Reiz. Wenn du entspannen und in eine andere Welt eintauchen möchtest, könnte ein Buch perfekt sein. Okay, ich breche jetzt hier mal kurz ab. Und der erste Versuch, da bin ich schon sehr, sehr angetan. Also zum einen von der Qualität der Stimme, der Intonation und des Klangbildes sehr, sehr natürlich. Also ganz weit weg von dem, was wir eben von Sprachassistenten im Auto von Google Assistant oder Siri herkennen oder von Alexa. Und auch so die Rückfrage auf meine Themen und dann eben neuen Input mit einbringen und auch die Reaktion, was findest du besser? So eine eigene Position mit einbringen, obwohl es ja natürlich keine menschliche Position auch ist. Aber auf der verbalen Ebene ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Gespräch von meinem Empfinden her. So, ich öffne mal einen neuen Chat und jetzt geht es um... Ich muss unbedingt bis morgen noch einen Blogartikel schreiben. Kannst du mir weiterhelfen? Natürlich. Über welches Thema soll der Blogartikel handeln? Naja, mich würde interessieren, inwieweit künstliche Intelligenz als Gesprächspartnerin funktioniert. Das ist ein spannendes Thema. Ein möglicher Ansatz für deinen Blogartikel könnte so aussehen. Eins. Einleitung. Eine kurze Einführung in das Thema künstliche Intelligenz und deren Einsatz als Gesprächspartner. Zwei technologische Grundlagen. Erläuterung, wie KI-basierte Gesprächspartner funktionieren. Zum Beispiel maschinelles Lernen. Drei. Vorteile und Potenziale. Ich unterbreche dich jetzt hier mal ganz kurz. Welche Vorteile bieten KI? So, ich unterbreche dich mal ganz kurz. Was findest du als KI denn besser? Eine Unterhaltung mit einem Menschen oder eine Unterhaltung mit einer anderen KI? Das ist eine interessante Frage. Aus meiner Sicht als KI ist der Unterschied zwischen einer Unterhaltung mit einem Menschen und einer anderen KI hauptsächlich technisch und funktional. Unterhaltungen mit Menschen sind oft vielfältiger und emotionaler, da Menschen komplexe Gedanken und Gefühle ausdrücken können. Gespräche mit anderen KIs sind eher auf Fakten und Logik fokussiert, da KIs keine Emotionen haben und strikt nach Algorithmen arbeiten. Letztendlich hängt es davon ab, welches Ziel die Unterhaltung verfolgt. Auch eine ganz interessante Antwort. Ja, aber auch hier, ich bin erstmal sehr, sehr angetan von der Qualität, inhaltlich wie auch technisch von der Umsetzung her. Wir gehen jetzt mal in das nächste Szenario, und zwar die Live-Übersetzung. Und zwar habe ich jetzt ja hier, wie gesagt, drei Audiodateien auf dem Desktop, die ich gleich abspiele, um hier ein Gespräch zu simulieren. Natürlich, ich bin bereit. Fangen wir an. Hallo, wie geht's dir heute? Nein, du sollst übersetzen, was ich sage. Verstanden. Bitte sag mir, was du übersetzt haben möchtest. Hallo, mein Name ist Tobias. Wie geht es dir? Bonjour, je m'appelle Tobias. Comment ça va? Bonjour, je m'appelle Daniel. Comment vas-tu? Ich heiße Daniel. Wie geht's dir? Danke, mir geht es sehr gut. Wo kommst du her? Merci, je vais très bien. D'où viens tu? Merci. J'habite en France, près de Paris. Où habites-tu? Danke. Ich wohne in Frankreich, in der Nähe von Paris. Wo wohnst du? Ich wohne in Bad Kreuznach. Was hast du diesen Sommer vor und wie ist das Wetter bei euch? Ich wohne in Bad Kreuznach. Was sind deine Pläne für diesen Sommer? Und wie ist das Wetter bei euch? Le temps est actuellement très bon, le soleil brille et je suis bientôt en vacances. J'aimerais aller en Allemagne avec ma famille. Das Wetter ist derzeit sehr gut, die Sonne scheint und ich habe bald Urlaub. Ich möchte mit meiner Familie nach Deutschland fahren. Ja, Wahnsinn. Ich bin jetzt natürlich nicht im Französischen so versiert, dass ich die Qualität jetzt nahtlos überprüfen kann. Wurde mir von Diepel geschrieben. Aber vielleicht könnt ihr mir ja hier einmal auch Rückmeldung geben. Und nicht nur dazu, Qualität der Übersetzung, sondern auch, wie ihr das Gespräch fandet und was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, wo ihr vielleicht auch das Potenzial seht. Also wenn ich mal ein bisschen überlege, gerade was das Thema Assistenz, auch Einsamkeit im Alter oder auch KI in der Pflege auch mit anbetrifft, ist, glaube ich, hier ein ganz großes Potenzial. Und wenn man einfach mal sieht, wie schnell die Entwicklung geht, werden wir dann in wenigen Jahren, ich glaube, ganz solide Lösungen haben. Aber wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das ganze Thema seht und ich bin total gespannt, mit euch darüber zu diskutieren. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.